hallo freund und herzlich willkommen hier zu meinen fast 200 abonnenten special special und ich habe ja bald die 200 abonnenten endlich geknackt noch fünf abonnenten nettert und da habe ich mir gedacht was mache ich da denn was soll ich denn machen mir fällt ein ich habe noch ein paar spiele die ich nicht mehr bräuchte und da kommt ihr jetzt ins spiel ich verlose nun fünf pc spiele die ihr jetzt sehen werdet ihr dürft euch beliebig viele spiele aussuchen ich werde dann entscheiden was für spiel jeder bekommen wird die ihr euch ausgesucht habt und werde die dann euch dann nach einer rück mail auf youtube dann auch sagen aber es gibt natürlich auch ein paar bedingungen um überhaupt an die verlosung teil nehmen zu können das erste ist was normal ist einfach ein abonnent sein und das video liken mehr möchte ich unter allem Prozent eigentlich nicht außer noch um dass ihr unter das video schreibt warum ihr diese spiele haben wollt oder gegebenenfalls wenn wir sagen wir meinen let's plays findet es ist für mich halt so informativ wie um damit ich ein bisschen erfahrung sammeln und das ist halt ich denke mal nicht so schwer oder zeitauftreibend das wäre eigentlich mit den bedingungen mehr gibt es da nicht immer natürlich auch schon ein wert das video geliked ich weiß nicht ob es geht wer das video geliked hat oder abonniert hat oder schon abonnent ist es wird dann wahrscheinlich so gemacht ich werde dann eine zwei gewinner raussuchen die mir sympathisch rüber kommt die wo gut schreiben die wo ich die wofür event also die wo am schnellsten kommentare schreiben die haben mehr chancen aber nicht gegen die die wo es hat anders nach einer woche oder so dann vorbeischauen die haben natürlich auch schon kein problem wie schreibt einfach irgendwas rein also also zum Prozent wie ihr meintes pläsen oder halt einfach und im video schreiben warum ihr die spiele haben wollt es werden wie gesagt zwei gewinner geben diese zwei gewinner sollen sich nach der verlosung bei mir mit einer pn melden also privaten nachricht auf youtube die anschrift wohin der gewinn geschickt werden soll muss auch in der n Prozent nachricht stehen also zum beispiel also die lieferadresse halt einfach mehr brauche ich dafür nicht ich werde dazu noch ein extra video hoch lernen für die gewinner also das wird natürlich dann so gemacht ich werde dann wieder schauen entweder du ich dann selber rausspicken die zwei gewinner oder ich lasse den zufalls generator laufen der die zwei gewinner sagt also mehr auf zeigt dann die zwei gewinner haben natürlich gewonnen ich werde es dann euch dann da auch noch mal ein extra video schicken wie ich das dann machen werde aber jetzt hat er schon mal zu den 200 abonnenten special zurück weil das ist das wichtigste ihr wollt ihr dafür noch was haben zu den spielen die ihr haben wollt und die ihr eventuell bekommen werdet falls du der gewinner bist bekommst du noch eine fünf europäische kart nummer zugestellt per pn ja mit dem mit dem spielen die du haben möchtest bekommst du auch noch eine 5 europäische kart nummer diese kart nummer heißt heißt ich schick euch die nummer und die dürft ihr beliebig einlösen in steam oder überhaupt ich weiß nicht viel aber wenigstens etwas übrigens der gewinner der sich privat in bin drei bis vier tage nicht meldet wird ausgeschlossen um ein neuer gewinner wird gewählt das habe ich einmal so gesagt macht weil es muss ja irgendwie ein gewinner da sein und wenn sich einer von zwei gewinnern nicht meldet dann ist es ja auch die andere leute einfach unfair deswegen wird ein neuer ausgelost ich werde nicht entscheiden sondern ausgelost wer dann der gewinner dann ist und der hat dann natürlich dann nicht mehr der der wo sich danach drei bis vier tagen erst meldet um der ist dann weil er ausgeschlossen weil das ist halt das maximum drei bis vier tagen in drei bis vier tagen sollt ihr euch wird der über die privatnachricht von youtube euch melden dass wir nicht so gehandhabt in video werden ja die namen dann angezeigt die wo gewonnen haben oder ich sag's auch und die die wo gewonnen haben die melden sich bei mir ich melde mich nicht bei euch und ihr sollt euch bei mir melden damit ich weiß dass ihr aktiv seid gut das wärs dann eigentlich schon ich hoffe euch gefällt das 200 abonnenten special und ich hoffe ihr bleibt weiterhin mit treu und auf weitere wunderschöne videos mit mir und vielleicht mit anderen leuten die wo mit mir natürlich auch zocken möchten überhaupt vielen dank leute und man sieht sich wenn ihr noch fragen habt könnt ihr es natürlich mehr auch schreiben über dieses video oder auch privat ich bin für alle kommentare und überhaupt dass ihr hier seid zutiefst erstaunt und einfach finde ich geil für euch gut das ist es dann für mich also hier unten ist hier unten das video einfach rein schreiben warum ihr die spieler haben wollt oder gegebenenfalls mir sagen wie ihr meine leiten place findet es muss nicht beides sein entweder oder gut das war es eigentlich weitere fragen bitte mir schreiben wie gesagt und wir sehen uns im nächsten video wieder übrigens übrigens weil ich vergessen habe zu sagen es wird ab den 9 10 2013 die an der rm 8 10 2013 wird es starten bis zum 8 11 2013 da ich natürlich erst mal schauen möchte wer alles von euch ne das wird ne vom bis zum ersten elften wir machen ersten elften 2013 und ab da kommt dann die das video zur verlosung wer gewonnen hat und da bin ich einfach mal gespannt wer alles mitmachen würde und wir sehen uns dann im nächsten video wieder man sieht sich ciao ciao